der war knapp und jetzt Wahnsinn Komm jetzt, schneller Oh Oh je, mini, mini Hoffentlich geht es gut Weiter, 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 weiter Komm jetzt Warte mal, muss ich schieben Oder ziehen Schiebe rüber Komm, schiebe Achso, die Klappe Ach, warte mal Das war jetzt blöd Dann müssen wir hoch Frage jetzt nur Das geht so nicht Nichts nochmal zurück nochmal zurück Wer kann ich das hier verschieben? Der Deckel muss zugemacht werden, die Frage ist nur wie Das ist jetzt merkwürdig Das muss doch Oder wir schieben den näher ran Und jetzt kommt Nach vorne Oder auch nichts Hier ist die hier raus Gute Frage, ob das geht Ich muss da sprinten glaube ich Warte mal Komm, komm, komm Was ist das hier? Oh Aua Keine Ahnung was das sein soll Da do ich, oder? Ich gehe hoch Ah ja, nee, geht auch nicht. Wir müssen ja irgendwie durchkommen, zum nächsten Raum, da geht es nicht, also muss doch hier irgendwo eine Tür sein, nochmal, naja, ganz einfach, oh, was da, kennen wir, ach, tatsächlich, zum ersten Teil. Ah, jetzt weiter. Hm. Ah ja, da hoch, da wieder runter, da komme. Wieder durch so eine Schacht durch, äh, jetzt runter. Gehen wir da hoch? Okay. 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 Tür, uff. Uah. Uiuiuiui. Vorsicht. Ja, so einfach, oder? Ja, komm schon. Ich habe echt Probleme mit dem... ...zum Abstand. Was sag ich? Ah. Falsch gelufen. Ne? Nochmal, komm ich gleich. So. Nochmal. Ah. Puff. So hoch, hoch, hoch. Ah. Ah. Ha 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 ha. Ah. Junge, Junge, Junge. Dieses Dimensionale, ne? Dieses... Ja. Das ist echt tricky. So, hoch. So. Ah ha ha. Und hoch. So. Ja, komm mal an. Wieso macht ihr das nicht? Dann muss ich ja... ...muss ich glaube ich laufen, oder? Also, sprinten, besser gesagt. Hm, nochmal. So. Hoch. Ich bin auf, wie jetzt. Jetzt. So, jetzt Achtung. Vorsicht, ruhig, langsam. Und jetzt? Da hoch und raus? Oje. Komm, komm, komm. Ja. Oh Gott, jetzt kommt das mit den Birnen da, ne? Ich nehme die mal mit. Ich glaube, die brauchen wir jetzt gleich wieder. Oh. Oh. Weiter geht's. Ui, Taschlappe. Lige mal. Jetzt. Eine Schere? Bist du da? Ja. Eine Schere. Okay, da kann man nicht durch. Hier. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay Das kommt als nächstes Mhm Okay So, schauen wir mal Geht nicht Ich brauche diese Sicherungen Komm Aber wo sind die Hmm Hmm Hier Komm Wo sind die Sicherungen Hmm Uh-huh Okay Oh, hier Oh, hier Tag jetzt. Ah, da sind die Dings, die Sicherungen drin. Guck mal, kann ich das haben? Ne. Guck mal her. Das ist die Sicherung, oder? Die Frage ist nur, wie die kaputt geht jetzt. Äh, was ist das, was ich meine? Muss ich die kaputt machen? Wahrscheinlich, oder? Tja, also nochmal zurück. Die Lösung muss ja hier irgendwo sein. Und dieser Röntgenapparat hat ja was zu bedeuten. Pass auf. Ziehen wir mal das da. Vielleicht müssen wir den da mal röntgen hier, den Bären. Hier. Hier. Hier, da ist nichts drin. Was ist das mit dir da? Schlappohr. So. Da hin. So. Da hin. Oh. Da hin. Oh. Aha. Ein Schlüssel. Dann brauchen wir für die Tür. Die Frage ist nur jetzt die, wie kriegen wir den Schlüssel da raus? Also ich muss ehrlich sagen, ich hätte es so nicht rausbekommen. Und an der Stelle muss ich ehrlich sagen, ist das schon ein bisschen tricky hier. Also man muss jetzt nämlich mit dem Aufzug nach unten fahren. Und dann gibt es hier auf der Seite so eine Art Ofen. rein. Ja. Und dann müssen wir hier den Hebel ziehen. Und dann kann man hier reinkriechen. und die Schlüssel mitnehmen. Und dann wieder nach oben. Das ist tricky. Achso. Warte mal. Das Kinderzimmer. Wir müssen jetzt hier wieder die Treppe hoch. Weil die Sicherungen immer noch fehlen. Aber gut. Ist halt so. Komm. Weiter geht's. So. Dann schauen wir mal. Oh. Achso. So. 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 Das wird alles übrigens Solidní. So. 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 There'swing. So. Mhm. Mhm. Da ist die Tür. Nee. Oder so. Mhm. Mhm. Oh. Den Arm fallen. Aha. Mhm. 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 Okay. Alles gut. Die Hand will mich fangen. Äh. Oben rüber. Gut. Ja. Ja. Bring in Ruhe. Nein. Go, go, go. Ah. 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 Fies. Hm. Nochmal. Ah. 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 Irgendwas läuft hier. Ah, ist wieder. Oh. Oh. Sicherung. Und wohin? Oh. 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 Ja. Blödes Viech. Verdammt! Okay. So, wie hin jetzt damit? Warte mal. Was für ein Abenteuer. Muss ich jetzt rüberschieben oder das? Ich glaube ja. Oder? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich muss die rüberschieben in die Kiste. Sonst komme ich da nicht mehr hoch. Ich will es einfach mal. Muss ich da hoch? Ne, muss ich eigentlich nicht. Oh Gott, wie bringe ich jetzt diese Sicherung dahin? Schwierig. Wie kommt die jetzt da hoch? Tja. Warte mal, ich habe da eine Idee. Wir müssen durch diese Tür durch, weil alles andere macht keinen Sinn. Ich komme nicht mehr hoch. Ah ja. Ah ja. Okay. Was machst denn du da? Jetzt komm. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Verstehe. So, jetzt ist das Problem. Warte mal. Warte mal. Hier brauchen wir zwei für den Aufzug. Aber wir haben ja nur eine. Das heißt, ich vermute mal, wir müssen jetzt die eine dahinter schleppen. Und zwar dahin. So. So. Okay. Seinste Foltergabe ist das hier. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. So. So. Ah, tiri. Relegiert auf Dunkelheit. Okay. Noch besser. Warte mal. Ich nehm das mal weg. Schieb das mal alles weg. So. Okay, die sieht mich. Okay. Ja, okay. Gut. Ja, ja. Ja, okay. Ah, ich komme da nicht durch. Warum komme ich da nicht durch? Tricky, tricky, tricky. Tricky, tricky. Tricky, tricky. Ich muss da durch. Geht nicht. Ha. So. 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 Vielen Dank.